Hello the friend of Ronies! Bevor wir zum dieswöchigen Kulturtipp kommen, noch einmal der Hinweis auf mein aktuell laufendes Crowdfunding zu meinem Buch über Freiräume Berliner Clubkultur. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, wenn ihr ein Buch vorbestellen könntet, weil es sonst aktuell leider nicht finanzierbar ist. Also checkt den Link in der Bio, da kommt ihr ins Crowdfunding, das läuft noch die nächsten paar Wochen. Genau, zum Kulturtipp, den habe ich eigentlich schon seit fast drei Monaten in petto und zwar ist es Monika Bonvicini in der neuen Nationalgalerie und zwar bespielt sie oben den Raum. Es sind zum Teil seine interaktive Installationen und ja, also erstmal ist die neue Nationalgalerie oben zu bespielen natürlich immer fantastisch. Wenn mir folgt, wird vielleicht schon wissen, dass das ein Ort ist, der mir extrem gut gefällt. Und ihre Ausstellung oben passt auf jeden Fall extrem gut dahin, ich fand sie sehr nice und vor allem sie ist nur noch zwei Wochen zu sehen. Also, nichts wie hin, Monika Bonvicini in der neuen Nationalgalerie ist mein Tipp die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. So long, peace! Jetzt will ich mal so hin, bis jetzt. Und dann lass uns um. Bälle auf dieses Ziel. Vielen Dank.